Die Feuerwehren von Dauend, Darscheid und Hochschild wurden alarmiert zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Auf der B-257 fahrt Richtung Dauend, Darscheid, Richtung Autobahnaufregel. Die Einsatzkräfte trafen hier an und fanden drei frontal zusammengestoßte Fahrzeuge. Eine Person musste patientengerecht gerettet werden, die anderen Personen waren trotz des großen und starken Schadenspüles nur leichter verletzt. Es waren vor Ort 31 Feuerwehrenangehörige und 29 Rettungskräfte. Darunter waren drei Notärzte und zwei Ortleiter, die Wehrleitung der Verbandsgemeinde und die PI, zusätzlich zwei Rettungstransportgutstab.